Na hier, seid ihr schon gespannt auf das neue Video? Es gibt einen Trainingsvlog. Ich bin gerade schon am Schneiden, aber ich habe das Intro vergessen. Ist ja auch egal. Viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Moin sehr lieben und willkommen zum neuen Video mal wieder ein ganz ganz einfacher Trainingsvlog ich soll mal wieder die Kamera mit ins Training schleppen und ihr seht es ist mächtig kalt Holger unser Heizstrahler ist schon angeworfen ich habe hier gerade neben mir noch die Tür offen damit hier einmal kurz ein bisschen Luft zirkuliert und damit ich nicht gleich ersticke aber es ist mächtig kalt trotz Holger es sind irgendwie so rund um null Grad heute morgen war es minus zwei jetzt ist glaube ich so null und demnach ist es hier auch entsprechend kalt und deswegen sind wir dankbar für unseren Heizstrahler aber ich trainiere ja aktuell zweimal die Woche nach meinem aktuellen Plan und da wollte ich mal so ein bisschen drauf eingehen und desweiteren natürlich auch erzählen wie ich jetzt zum fittesten Menschen der Welt werde zur besten Version meiner selbst werde ja genau das in dieser Form natürlich Quatsch aber ich will so ein bisschen fitter werden und darauf wollen wir heute auch mal so ein bisschen eingehen ehe ich jetzt zu lange sabbel und kalt werde mache ich mich ein bisschen warm fangen wir an mit Beugen dann wird gedrückt und zwischendurch sehen wir uns hier wieder im kleinen Zwiegespräch zu sehen wir uns hier im nächsten Mal Nach dem Aufwärmen dürfte auch klar sein, dass Mobility wirklich absoluter Schwachsein ist. Das ist, denke ich, jedem bekannt. So, nach wie vor ist das mit dem Licht hier so eine Sache, ich bin noch am rumprobieren und am testen. Sagt mal, ist das jetzt besser oder diese dunkle Gruselhöhle? Also ich bin tendenziell für das hellere, jedenfalls zum Filmen. Wenn ich alleine hier trainiere ohne Film, dann habe ich auch gerne mal das jetzt an. Aber schreibt mir bitte in die Kommentare, ob das helle oder dieses etwas orangener Licht besser ist. Was ich noch sagen wollte, ich bin wieder in flachen Schuhen angekommen, was das Beugen betrifft und ich bin auch wieder so weit, dass ich wieder Sleeves benutze. Also ich habe mich ja wirklich lange Zeit jetzt zuletzt mit dem Beugen ganz, ganz unwohl gefühlt, immer super wackelig. Und das geht jetzt mittlerweile wieder, weil ich auf flache Schuhe umgestiegen bin. Irgendwie fühlt sich das stabiler, souveräner, routinierter an. Und deswegen werde ich jetzt wieder in den flachen Schuhen beugen. Bin jetzt aktuell, keine Ahnung, irgendwie so bei 120, 125 Kilo glaube ich wieder angekommen. Beugen noch komplett ohne Gürtel. Aber eben wieder mit Sleeves. Und ja, ist jetzt noch kein so allzu nennenswertes Gewicht im KDK-Kontext. Aber ich bin grundsätzlich froh darüber, dass ich wieder so ein bisschen Stabilität im Beugen gefunden habe. Und ja, gucken wir mal was so heute geht. Bis zum nächsten Mal. 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 wollt, ob das mit der Garage gar nicht so schlimm ist, ob ich da definitiv was machen muss, wie auch immer. Und dann war es das auch schon mit dem Video, würde ich sagen. Für alle Shisha-Raucher, die meinem Kanal folgen und bis hierhin geguckt haben, vielen Dank. Ja, freut mich, wenn ihr auch den Sport-Content verfolgt und nicht nur den Pfeifen-Content. Für alle Sportler, die mir deshalb folgen, vielen Dank, wenn ihr auch Shisha-Videos guckt und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, aber ich freue mich natürlich, wenn ich auch da irgendwie den einen oder anderen unterhalten kann. Und ansonsten bleibt mir natürlich nicht viel mehr zu sagen, als besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace.